Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Taschenpcs.de Heute zeige ich euch mal was, was ich schon länger vor hatte mir zuzulegen Allerdings sind mir davon viele Varianten ein bisschen teuer gewesen Da habe ich gedacht, boah, komm, ich mache mal was, was gleichzeitig für einen Channel interessant sein könnte Nämlich, ich lege mir eine ganz günstige Variante davon zu und schaue mal, wie sinnvoll das Ganze ist Die Rede ist dabei von Kamera-Equipment, um genauer zu werden, um einen Kameradolli geht es hierbei Also so eine Art kleines Skateboard, mit dem ich dann die Kamerafahrt ein bisschen smoother machen kann und sonst was Meise kosten so gute Dinge, ja, die sind eigentlich recht günstig, trotzdem mit um die 50 Euro Allerdings kostet dieses Ding jetzt mit Kugelstativ und einer Smartphone-Halterung gerade mal 17,90 Euro bei Amazon Link ist in der Videobeschreibung, wie immer, kennt ihr ja Und man sieht auch schon an der Packung, dass hier gespart wurde Das finde ich aber auch nicht weiter schlimm, weil ehrlich gesagt ist mir ziemlich egal, ob dieser Wagen jetzt Besonders auf einer geilen Packung steckt oder nicht Und deswegen würde ich sagen, schauen wir einfach mal kurz rein Es soll auch kein allzu langes Video werden Und schauen mal, was drin ist, was uns entgegenfällt Und da fällt uns schon einiges entgegen, Kattungen leer Und was haben wir hier als erstes, ihr wisst ja, ist ein Unboxing Wir legen das Hauptprodukt erstmal beiseite Und schauen uns sonst was an Und dann haben wir hier das Kugelstativ, das zwar recht schwer ist, aber tendenziell eher günstig verarbeitet Der Schraube hier unten traue ich nicht so ganz und hier natürlich die Schraube zum fixieren Weiter geht es mit der Wolf Film Smartphone-Halterung Interessant Die fühlt sich an, wie jede billige Smartphone-Halterung halt so ist Wird wahrscheinlich ihren Zweck erfüllen Ist nur, finde ich, was ich doof finde an der Seite Nicht wirklich hier gepolstert Das finde ich irgendwie ein bisschen schade Sondern nur hier Normalerweise habe ich hier ein besseres Gefühl Also ich tue meinen Smartphone-Halterung erstmal erstmal in so eine Halterung stecken, wenn ich einen habe Aber irgendwie fände ich es schöner, wenn das hier in der Seite auch noch gepolstert wäre Na ja gut, ist es aber nicht Dann haben wir hier die Schraubanschlüsse, um es ans Kugelstativ anzuschließen Also um den hier zu machen Und wir merken schon, das hält alles wunderbar Nicht Und um es dann sozusagen auf den Dolly zu stellen Und das ganze Ding zum Filmen zu nutzen Okay Dann kommen wir doch zum eigentlichen Highlight Nämlich dem Dolly Und der ist relativ schmutzig, finde ich Wenn ich mir so die Räder angucke Ziemlich staubig Ich kann das ja mal ein bisschen ranholen Sauberkeit ist anders, würde jetzt Mutti sagen Aber gut, was erwarte ich für 17,90 Euro Sieht auch schon ein bisschen abgekratzt alles aus Und, und das wurde mir in Rezensionen mehr Dinge schon nahegelegt Diese Räder sind halt faszinierend sage ich mal Ich bin mal gespannt, wie gut die funktionieren werden Ja, ist okay vom Drehen Hat ein bisschen was mit meinen alten Skateboards, die auch so billig waren Und das Teure hat dann ordentlich gedreht Ich meine, gucke wie dieses Rad hier dreht nämlich viel besser Merke ich diese Unterschiede Aber was bei den Rädern wohl eher ein bisschen störend sein könnte Sind diese feinen Gummirellen Das ist also diese eine Rille Denn diese Räderin ihre sozusagen Gumminaht Aus der sie gegossen sind Oder wie auch immer das genau zu erfahren ist Auf der Lauffläche Das kann laut Amazon-Rezension dazu führen Dass das ganze Ding nicht allzu rund läuft Allerdings finde ich jetzt hier auf dem Tisch Ist der erste Eindruck ganz gut Also zumindest wenn ich so ein bisschen in den her schiebe Rollt das eigentlich ganz ordentlich Und wenn ich mir vorstelle, dass es eine Kamera drauf Und ich schiebe das in einem halbwegs einheitlichen Tempo Dann kann ich mir schon vorstellen, dass es auch ziemlich smooth aussieht Wenn ich dann vielleicht noch mit 60 Frames arbeite Und ein bisschen Slow-Mo Dann kann ich mir schon vorstellen, dass es auch mit so einem Gerät gut aussieht An sich fühlt das Material auch recht hochwertig an Also dieses, das ist auf jeden Fall Metall Die Gewinde sind aus Metall und die Achsen auch Allerdings sehen die Gewinde jetzt nicht ultra geil aus Sind eher so ein bisschen interessant sage ich mal Aber diese Gewinde sind dazu da, um die Achsen einzustellen Und dann sozusagen eine coole Kamerafahrt um die Ecke zu realisieren Das kann ich auf beiden Seiten machen, um einen noch engeren Radius zu erzielen Zumindest also vielleicht gezielt um ein Objekt herumzufahren Ich meine, ihr kennt ja diese coolen Videos von irgendwelchen Handys Und die dann so cool herumgefahren wird Zugegeben, das wird meistens mit Slidern gemacht Weil so ein Dolly trotzdem vielleicht nicht das Optimum dafür ist Besonders weil es auch schwer ist, sowas präzise im Kreis zu nutzen Allerdings geht es auch mit solchen Dollys Wenn ich die Kamera oben drauf packe, in der Mitte ein Objekt habe Und dann einmal richtig schön springen von dieses Objekt herumfahre Dazu sollte man vielleicht nicht ganz so einen engen Radius wählen wie ich Aber das war jetzt auch nichts für Anschauung Auf jeden Fall fühlt sich eigentlich dieses Fahrgefühl recht gut an Bin ich sehr erstaunt für den Preis Und jetzt schauen wir doch mal wie es aussieht Wenn ich das ganze Ding mit dem Kugelstativ auseinandersetze, sag ich mal So, übrigens netter Tipp von mir Denn wir haben hier unten so einen Schlitzspalt, wo man eigentlich ein Schraubenzieher finden könnte Es geht allerdings auch häufig mit Münzen, ich nehme jetzt mal eine 10 Cent Münze Um dieses Kugelstativ da oben wirklich fest zu ziehen und zu fixieren Und das hat jetzt auch ganz gut geklappt Und das Kugelstativ wirkt allerdings fest Was allerdings ein Problem ist Und darauf wurde ich vorher online hingewiesen Deswegen ist dieses Kugelstativ wahrscheinlich mit das schlechteste Kugelstativ Was ihr euch für diesen Dolly vorstellen könnt Also wirklich das allerschlechtste Kugelstativ Es sei denn ihr wollt noch 5 Unterlegscheiben drunter legen Ist diese Tatsache Schaut euch das an Den Abstand Ich kann das Kugelstativ eigentlich nicht wirklich festziehen In der Richtung Oder auch nicht lose machen Es wird zwar recht schnell lose durch so einen einfachen Dreher Aber eigentlich wirklich präzise einstellen Oder dann wieder ordentlich festziehen kann ich nicht Denn hier schlägt das Rädchen sage ich mal auf den Dolly auf Das ist wahrscheinlich die schlechteste Konstruktion Die man sich für diesen Dolly vorstellen kann Aber nun gut Interessant ist es allemal Zum Abschluss zeige ich euch jetzt noch so 2-3 Kamerafarben Die ich mit dem Dolly jetzt realisiert habe So einen ersten Eindruck zu gewinnen Ihr könnt mir ja sagen was ihr davon haltet Und ob ihr der Meinung seid Kamerafahrten Kamera Equipment Ist eher sowas Ey einmal kaufen und dafür richtig Oder günstig tut auch oft seinen Zweck erfüllen Sagt mir eure Meinung Schreibt es in die Kommentare Und dann sagt vielleicht was ihr von so Dolly Sides Oder womit ihr eure Kamera gut stabilisiert Für Kamerafahrten Das war es auch schon Und ich hoffe euch hat es gefallen Schaut rein Macht's gut Und tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal